Hey und willkommen, mein Name ist Jana Nand und in dem heutigen Video geht es darum, wie du schlechte Gewohnheiten abbauen kannst und dadurch positive Gewohnheiten in dein Leben anziehst. Kennst du es vielleicht auch, dass du durch schlechte Gewohnheiten, wenn du sie jedes Mal tust, dir jedes Mal denkst, warum habe ich diese Gewohnheit wieder getan? Du bist einfach enttäuscht, beispielsweise wenn du wieder Fastfood isst, wenn du wieder zu viel Alkohol trinkst oder statt zu lernen Videospiele spielst. Du wirst dich jedes Mal enttäuscht fühlen und was ich dir heute in diesem Video direkt sagen kann, wenn du nichts an deinen schlechten Gewohnheiten veränderst, dann wird sich in deinem Leben auch nichts verändern. Dann wirst du auch die nächsten 10, 20, 30 Jahren diese Gewohnheiten immer, immer wieder tun. Denn was positiv an Gewohnheiten ist, dass du sie unbewusst tust. Also du wirst diese Gewohnheiten immer wieder tun. Deswegen ist es das Tolle, wenn du positive Gewohnheiten aufbaust, dass du sie immer, immer wieder unbewusst tust. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich drei bis vier Mal wöchentlich zum Sport gehe oder dass ich mich generell gesund ernähre. Dass ich zwischen zwei Essensrichtungen, also beispielsweise Fastfood oder gesunde, nahrhafte Nahrung, wahrscheinlich eher immer die gesunde, nahrhafte Nahrung auswähle. Und in diesem Video möchte ich dir, wie gesagt, heute einfach erklären, wie du es schaffst, schlechte Gewohnheiten abzubauen. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, was für schlechte Gewohnheiten du hast. Eine schlechte Gewohnheit ist, dass ich dazu neige, beispielsweise oft in die E-Mails zu schauen, wenn ich zum Beispiel in der Bahn bin, auf irgendetwas warte. Das sind immer so diese Dopamin-Kicks, die einfach nicht sein müssen. Was auch eine schlechte Gewohnheit für mich ist, ist das Fingerknabbern. Also wenn ich gerade in gestressten Situationen bin, neige ich dazu, irgendwo diesen Stressabbau hinzubekommen. Also nutze wirklich lieber Gewohnheiten, um positive Veränderungen in deinem Leben zu machen. Und nicht dir jedes Mal zu denken, warum habe ich diese Sache wiedergetan. Als erstes solltest du dir auf jeden Fall mal bewusst werden, was löst deine schlechten Gewohnheiten aus. Ich habe es schon öfters mal beschrieben, eine Gewohnheit hat immer einen Trigger. Also einen Trigger, der diese Gewohnheit auslöst. Dann tust du diese Handlung und als nächstes folgt die Belohnung. Aber der erste Schritt ist der Trigger. Also was ist dieser Trigger, dass du diese schlechten Gewohnheiten immer wieder tust. Und ich habe für mich erkannt, dass diese schlechten Gewohnheiten meistens entweder durch Langeweile ausgelöst werden oder auch durch Stress. Stress beispielsweise, dass du dadurch neigst Finger zu knabbern oder Langeweile, dass du eben Netflix öffnest und statt einer Folge von einer Serie direkt die ganze Staffel guckst. Und wenn du diesen Trigger gefunden hast, das kann beispielsweise deine Umgebung sein, also deine gemütliche Couch, wo die Fernbedienung perfekt da liegt, dass du jedes Mal den Fernseher anmachst und deine Lieblingsserien guckst. Das kann eben Auslöser sein. Und versuch diese Auslöser konkret einfach mal zu verändern. Und wie können so eine Veränderung aussehen? Wenn du beispielsweise jedes Mal auf die Schlummertasse klickst von deinem Wecker und dadurch verpennst, länger schläfst, obwohl du gerne lieber früher aufstehen möchtest, weil du die Zeit für dich nutzen möchtest, dann kannst du beispielsweise deinen Wecker in einen anderen Raum legen. Du kannst aber auch beispielsweise, wenn dich jedes Mal die Süßigkeiten triggern, einfach mal die Süßigkeiten wegschmeißen. Dann siehst du sie nicht, die liegen nicht so perfekt auf deinem Tisch in der Küche und dann hast du auch wieder den Trigger weggemacht. Stattdessen Alternative suchen, beispielsweise immer frisches, leckeres Obst haben. Was ist dein Lieblingsobst? Dann leg dieses Obst doch einfach mal auf deinen Küchentisch und du wirst merken, dass du eher dazu geneigt bist, auf die guten Alternativen zurückzugreifen, als beispielsweise zum Supermarkt zu rennen und dort Süßigkeiten zu kaufen. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, dass sich am 1. des Jahres viele Leute aufschreiben, was sie nicht mehr tun möchten. Sie wollen nicht mehr rauchen, sie wollen kein Alkohol mehr trinken, sie wollen weniger Netflix schauen. Das wird scheitern, weil du hast keine Alternativen. Also statt dem Rauchen musst du dir irgendwie eine andere Gewohnheit aussuchen, die eben das Rauchen befriedigt. Also beispielsweise das Rauchen kann bei dir Stress befreien. Dann musst du dir irgendwie eine bessere Alternative suchen. Das kann jetzt beispielsweise, musst du einfach mal selbst schauen, was für dich klappt. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass du statt dem Rauchen beispielsweise einmal am Tag laufen gehst, wenn du dich einfach gestresst fühlst. Also du brauchst einen konkreten Plan. Also beispielsweise, wenn X eintritt, tue Y. Wenn du diesen Plan schon hast, dann bist du gewappnet, weil es werden immer wieder diese Impulse kommen. Du wirst immer wieder den Drang verspüren, zum Softdrink zu greifen. Dann hab beispielsweise lieber mal irgendwie einen Geschmackspulver da, was du im Notfall einfach mal reinmixen kannst, wo vielleicht auch noch Vitamine drin sind. Also wenn diese Versuchung einfach in dir aufkommt, hab einen Plan. Schreib dir das in so ein Notizbuch auf und dann bist du gewappnet, wenn dieser Auslöser dich irgendwann mal wieder triggert. Und so kannst du wirklich schlechte Gewohnheiten langfristig abbauen. Ich habe auch schon oft mitbekommen, dass sich Personen irgendwie unwohl fühlen, eine neue Identität anzunehmen. Also sie sind so verzwickt in diesem beispielsweise jetzt ungesunden Lebensstil, dass sie gar nicht mehr gesund sein wollen. Weil ihre Identität ist ja eben mit dem Ungesunden, also mit dem, dass sie sich gerne mal Fast Food holen oder Süßigkeiten, was wirklich nicht verwerflich ist. Aber wenn du einfach mal den Wunsch hast, einfach dich gesund zu ernähren, weil du einfach sagst, was ich dir auch wirklich mitgeben kann. Du wirst dich besser fühlen. Das ist ein inneres Gefühl, was diese gesunde Ernährung, was Sport in dir auslesen wird. Und wenn du das möchtest, dann kann ich dir mit auf den Weg geben. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du diese schlechte Gewohnheit, die du heute vielleicht noch ausführst, dein ganzes Leben schon gemacht hast. Also du wirst dich wahrscheinlich nicht mit vier oder fünf Jahren bei McDonalds zwei Big Mac nach der Arbeit geholt haben. Wirst du nicht gemacht haben. Du musst dich nicht zu einer gesunden Person wandeln. Du musst endlich wieder gesund werden, wie früher. Und wenn du das dir einfach mal denkst, diesen Mindshift, dann kannst du auch langfristig ungesunde oder schlechte Gewohnheiten, die dich runterziehen, abbauen. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video zu dem Thema, wie du schlechte Gewohnheiten abbauen kannst, gefallen. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, was schlechte Gewohnheiten für dich sind. Aber es ist ein inneres Gefühl, wie ich immer finde, welche Gewohnheiten dir gut tun und welche Gewohnheiten dir nicht so gut tun. Abonnier gerne meinen Kanal, like das Video, schreib mir, wie gesagt, auch mal deine schlechten Gewohnheiten in die Kommentare. Dann können wir in diesen Austausch kommen. Mein Name ist Jana Nand. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.